Um einen Artikel abzuschreiben bzw. im Bestand zu reduzieren, gibt es nur die zuerst genannte Möglichkeit. Das bedeutet, eine manuelle Bestandsreduktion ist nicht möglich. Das haben wir bereits im Video Artikelstamm manuelle Bestandsveränderung gezeigt. Das heißt, wenn Sie auf Ändern gehen und sagen, anstatt 10 Stück habe ich 5 Stück da, werden Sie sofort zur Abschreibung geleitet und Ihre Bestandsreduzierung wird an dieser Stelle ignoriert. Okay, das ist ganz gut so, weil Waviprovia 3 ja auch die Richtlinien unseres Gesetzgebers berücksichtigt, digitale Aufbewahrungspflicht, vollständig, nachweisbar usw. GBDU-konform. Somit muss es für einen Prüfer jederzeit möglich sein, den Lebenslauf eines Artikels zu reproduzieren, und zwar lückenlos. Ist leider so, ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Deswegen gibt es hier die Gegenüberstellung und hier sehen Sie, wann was gekommen ist, von welchem Artikel, was abgegangen ist, also das heißt, ob Sie was verkauft haben und ob Sie eventuell was verschrottet haben. So, soviel jetzt im Überblick dazu. Das heißt, Sie haben, keine Ahnung, gesagt, ich habe jetzt den Artikel und da ist irgendwas, der ist kaputt gegangen. Machen wir es einfach so. Dann können Sie Rechtsklick sagen, Abschreibung, Verschrottung, oder Sie können das Gleiche über die Toolbox machen und können hier auf Abschreibung gehen. Nun klicken Sie auf den Button abschreiben, wählen das Datum aus, an dem Sie es abgeschrieben haben, wählen den Grund aus, warum Sie diesen abschreiben wollen, oder ergänzen gegebenenfalls die Abschreibungsliste um eine Information, die Sie benötigen, Bruch sichern. Nun können wir das hier auswählen und hier wird es dann übernommen. Sie können natürlich hier auch in diese Zeile irgendwas reinschreiben, das ist das Gleiche, nur hier oben haben Sie eine Schnellauswahl, die es Ihnen einfach ermöglicht, ein bisschen Zeit zu sparen, indem Sie nicht alles tippen müssen. Wenn diese Artikel Seriennummer hätten, würden die hier an dieser Stelle angezeigt und Sie könnten jetzt dann sagen, das ist die Seriennummer 1234, die ist kaputt. Dann die hinterlegten Einkaufspreise des Artikels wählen, denn es könnte ja sein, dass verschiedene Eingangsmengen da sind mit verschiedenen Einkaufspreisen. Und dann die Abschreibungsmenge, ich sage jetzt einfach nochmal zwei. Jetzt sage ich übernehmen und wir haben nun, sehen Sie es, hier den Artikel mit der Artikelnummer 9, also unseren Schlauch, zwei Stück mit dem Abschreibungsgrundbruch 12345 abgeschrieben. Nun sollte unser Bestand nicht mehr 10, sondern 8 sein. Ja, das ist die Abschreibung. Die Abschreibung können Sie natürlich auch dafür nehmen, wenn Sie sagen, ist Ihnen was geklaut worden oder die Ware ist kaputt gegangen oder was könnte es noch sein? Ja, geklaut, kaputt, Eigenbedarf vielleicht sogar. Klar, aber wenn Sie was verkaufen, wird es natürlich an dieser Stelle nicht abgeschrieben, sondern eine Bestandsverminderung, Reduktion erfolgt ja automatisch über die Kasse, über das Rechnungsmodul, wenn Sie diesen Artikel oder wenn Sie einen Artikel verkaufen. Ja, das war es schon mit der Abschreibung.